Und weiter geht's. So, erstmal Mikro wieder richtig hin machen. Bevor jetzt wieder... 500... Boah! Elektropold 3. Ach so, stimmt ja. Mit dem Feuer geht das ja auch. Weil wir so viel haben. So, jetzt haben wir alles ausgerüstet. Das ist geil! Das probi... Wo bist du? Ich möchte mal was ausprobieren. Egal. Tschüss! Tauchen wir mal ein. Bei der lieben Lamp. Moment. So. Äh, das ist mir noch nie aufgefallen, dass da so ein Schlüssel an der Seite ist. Die Kiste ist mir auch noch nie aufgefallen. Äh, das ist mir noch nie aufgefallen, dass da so ein Schlüssel an der Seite ist. Das ist mir noch nie aufgefallen. 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 Das ist mir noch nie aufgefallen, dass da so ein Schlüssel an der Seite ist. Das ist mir noch nie aufgefallen. Boah, sieht das wieder cool aus hier. Das sieht nicht sehr gut aus. Sieht zwar geil aus hier, aber das weckt schlechte Erinnerungen. Aber es sieht richtig Hammer aus. Das sieht nicht so gut aus. So, was können wir hier noch machen? Ähm, Tesla-Upgrade für Schrotflinde, was macht das? Ah, machen wir jetzt elektrische Kugeln oder was? Oh, Alter! Jetzt sind wir voll! Puh, hier gibt's auch nix mehr. Alkohol, nee! Hier noch ein paar Kleinigkeiten. Ganz ehrlich, die Liege hält ein Big Daddy aus. Die Liege. Die Liege. Dann haben wir auch hinten gebaut. Der wird das Eis memory geschenk. Dann kann das noch nicht lauchten deciding. Weilapersoft ging immer weiter. Nein, das Geld. So geht es natürlich auch. Wir gehen noch nicht zur Eleanor. Ich glaube, das wird Mama nicht so einfach zulassen, dass wir den Käfig aufmachen. Deswegen, nein, bereite ich mich hier schon mal ein bisschen vor. So. 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 Hier, bitte, ich hab was für dich, Kleine. Mist, ich muss aufladen. Nein. Ja, komm. Moment, gemacht, gemacht. Erstmal wieder meinen Schrot aufgebessert. Vielen Dank. War mir klar. Oh-oh. 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 Wir sehen aus wie so ein Plastikmännchen. Okay. Es ist dunkel. Hat mal jemand ein Feuerzeug? Hallo? Ah. Hehe. Tipptipptipptipptipptipptipp. Tipptipptipptipptipptipp. Tipptipptipptipptipp. Hä? Ah, ja, durch. Der Lüftungsschacht, wie immer. Ist irgendwie lustig, dass wir das eingebaut haben damals schon. Ist ganz gäckig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie wurde so, wie wir waren, während wir hier überall... So sieht es in Wirklichkeit aus. Und so sieht sie die Leute. Okay. 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 Ja, klar, kein Ding. Aber mich wundert es nur, dass der Big Daddy, also wir, so viel Intelligenz hat. Die sind normalerweise alle so doof. Ich nutze die Chance mal ein bisschen, um hier als... Okay, geht nicht, L. Daddy meets Uncle Stanley. Da haben wir ihm vergeben, haben ihm die Hand gegeben. Friedliche Lösungen sind ja generell die besten. Gib Halt an. Ach, das war das, okay. So, wir haben das Ziel erreicht.